Ich lerne Deutsch. Nummer 13.170 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ein Teddybär ist der beste Freund zum Knuddeln. Ein Teddybär ist der beste Freund zum Knuddeln. Ich habe die Scheidung eingereicht. Du darfst es aber niemandem erzählen. Ich habe die Scheidung eingereicht. Du darfst es aber niemandem erzählen. Was bedeutet es für uns Menschen, wenn Maschinen ein Gedächtnis haben? Was bedeutet es für uns Menschen, wenn Maschinen ein Gedächtnis haben? Unsere Hochzeitsreise wollen wir im nächsten Jahr machen. Unsere Hochzeitsreise wollen wir im nächsten Jahr machen. Wir sind uns aber noch nicht einig darüber, wo die Reise hingehen soll. Wir genießen das Leben nicht nur im Urlaub, sondern jeden Tag. Wir genießen das Leben nicht nur im Urlaub, sondern jeden Tag. Entdecke unser Angebot. Deutsche Texte, kindgerecht und leicht verständlich. Perfekt für Anfänger. Entdecke unser Angebot. Deutsche Texte, kindgerecht und leicht verständlich. Perfekt für Anfänger. Während meiner Reise habe ich viele europäische Länder von Dänemark bis Spanien besucht. Während meiner Reise habe ich viele europäische Länder von Dänemark bis Spanien besucht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.